Willkommen zu diesem neuen Video bei Meat & Great. In diesem Video geht es um die regelmäßige Reinigung eures Gasgrills, also das Reinigen nach jedem Grillen. Was ihr dabei beachten müsst, damit ihr euch den Grill nicht kaputt putzt, das klären wir in diesem Video. Los geht's! Wer den Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass ich schon mal ein Video darüber gedreht habe, wie ich meinen Grill am besten reinige, so ein- bis zweimal pro Jahr, je nachdem, ob ich das ganze Jahr durchgrille oder nur in der Saison. Dann sollte ich es einmal machen, grille ich das ganze Jahr, sollte ich es vielleicht sogar bis zu zweimal machen, aber häufiger eben nicht. Und das ist diese gesamte Grundreinigung des Grills. Wenn euch das interessiert, einmal hier oben klicken, da kommt ihr zu diesem Video. Auch da möchte ich mich einmal einfach für bedanken. Es ist eine riesige Resonanz. Wir haben weit über 100.000 Aufrufe damit erreicht und durchweg sehr positiv. Eine der meistgestellten Fragen darunter war jedoch, was mache ich denn so nach dem täglichen Grillen? Weil wer jetzt auch mit dem Grillen anfängt oder auch wer schon länger dabei ist, der denkt sich vielleicht, so ein Grill sieht ja relativ schnell sehr schmutzig aus. Will ich da wirklich mein Essen drauflegen? Und da müssen wir einfach gucken, was müssen wir nach jedem Grillen machen, damit wir unseren Grill lange haben, gut pflegen, aber auch nicht zu sehr pflegen. Denn würdet ihr diese Reinigung, die ich euch in dem Video gezeigt habe, täglich machen oder wöchentlich oder selbst monatlich, dann würdet ihr euren Grill kaputt putzen. Kaputt putzen bedeutet letztendlich, ihr schrubbt das Material runter. Mit dem Grillreiniger greift ihr das Material an. Auch Edelstahl und sonstige Materialien, je nachdem, was ihr für eine Wanne habt. Habt ihr eine Alugusswanne, dann schrubbt ihr auch da immer ein Stückchen von Material runter, was nicht sein muss, weil eine Alugusswanne an sich einfach jahrelang hält, ohne kaputt zu gehen. Aber auch eine Edelstahlwanne oder auch andere Materialien gehen mit der Zeit einfach kaputt. Und deswegen klären wir jetzt in fünf Schritten, fünf einfache, schnelle Schritte, wie ihr perfekt nach jedem Mal Grillen euren Grill reinigt. Und mehr müsst ihr nicht beachten. Fangen wir an mit Schritt Nummer eins. Wenn ihr fertig seid mit Grillen, wir haben jetzt hier nochmal ein paar Steaks gegrillt, wir haben noch ein bisschen Fett, noch ein bisschen Essensreste auf unserem Grill drauf, dann müssen wir jetzt einmal die Pyrolyse starten. Pyrolyse bedeutet, dass wir den Grill hier richtig, richtig hoch erhitzen. Und dafür drehen wir alle Brenner nach dem Grillen nochmal volle Pulle auf. Einmal Vollgas, den Deckel schließen, wichtig, wenn ich sage alle Brenner, ich meine nur die Hauptbrenner. Wenn ihr zum Beispiel einen Heckbrenner habt, dann lasst ihr den bitte aus, den nicht volle Pulle auf, den lasst ihr aus. Also alle Hauptbrenner, die ihr habt, vier Brenner, vier Stück, sechs Brenner, sechs Stück, ihr wisst, was ich meine. Dann einmal die Haube schließen und dann 20 Minuten bis eine halbe Stunde warten und gucken, bis hier nichts mehr qualmt. Ihr werdet am Anfang merken, das wird noch qualmen, das wird stinken, das wird rauchen, das wird nicht schön aussehen und irgendwann hört das auf. Und sobald das aufgehört hat, kommen wir zu Schritt Nummer zwei. Nach circa einer halben Stunde, wenn ihr den Grill jetzt aufmacht, sollte das Ganze so aussehen, dass jetzt hier kein Rauch mehr aufsteigt. Hätte man das vorher gemacht, wäre hier noch ein bisschen Qualm hochgekommen, dann wisst ihr, der Grill braucht noch ein bisschen. Jetzt haben wir tatsächlich hier alles, was noch an Rückständen war, verbrannt, pyrolisiert und jetzt können wir die Brenner alle ausschalten. In Schritt Nummer zwei gehen wir nämlich jetzt mit unserer Grillbürste einmal dem Rost an den Kragen. Dabei ist es euch freigestellt, welche Grillbürste ihr bevorzugt. Ich habe jetzt hier ein Rost, das ist emailliert. Bei einem emaillierten Gussrost ist es empfehlenswert, eher eine Messingbürste zu benutzen, als eine Edelstahlbürste wie diese hier. Warum? Weil wir hier diese Emaille mit Edelstahl beschädigen, weil Edelstahl eben härter ist. Messing nicht. Der Nachteil allerdings an einer Messingbürste ist, dass ihr die sehr, sehr oft austauschen müsst. Auch eine Edelstahlbürste müsst ihr immer mal wieder erneuern, aber eben, ja, die hält deutlich länger. Also die kann durchaus eine ganze Saison durchhalten, eine Messingbürste nicht, weil die einfach so weich ist, dass die ständig halt platt gedrückt ist, nicht mehr richtig reinigt oder eben auch ganz schnell abgerieben ist, so dass ihr eigentlich kaum noch Borsten da habt. Macht es, wie ihr das möchtet. Wenn ihr eine Messingbürste nehmen wollt, tut das eurer Emaille des Gussrostes gut. Aber meines Erachtens wird die sowieso mit der Zeit beschädigt. Und ich brenne mir ja das Gussrost auch durch die Benutzung immer wieder neu ein. Und da brauche ich diese Emaille nicht. Und deswegen gehe ich lieber mit einer Edelstahlbürste ran. Möchte euch das jetzt aber nicht uneingeschränkt empfehlen, denn das solltet ihr wissen. Wenn wir unser Gussrost und unser Ablagerost jetzt kräftig abgebürstet haben, so dass wir alle schwarzen Partikel, die jetzt hier noch waren, runtergebürstet haben, da würde ich euch empfehlen, oben mit dem Ablagerost anzufangen, weil dann bröselt ihr das ganze Gussrost voll, dann das Gussrost. Und jetzt können wir uns gleich weiter nach unten vorarbeiten. Aber das Gussrost darf jetzt in der Regel nicht so bleiben. Haben wir ein emailliertes Gussrost, wäre das nicht so unbedingt so schlimm. Aber die Emaille, die ist sehr schnell beschädigt. Das bedeutet, auch ein emailliertes Gussrost müsst ihr so pflegen wie ein normales Gussrost. Habt ihr einen Edelstahlgussrost, müsst ihr den nächsten Schritt, den wir jetzt machen, nicht unbedingt machen, bei einem Gussrost aber auf jeden Fall. Schritt Nummer drei ist nämlich jetzt das Einfetten des Rostes. Und dafür ist es gut, dass es jetzt nochmal so ein bisschen abkühlen konnte. Vor allem, wenn ihr einen Grill habt, der sehr, sehr heiß wird. Ich spreche jetzt zum Beispiel Breuking an. Bei Breuking ist es so, dass die Grills sehr, sehr hohe Temperaturen erreichen. Und wenn ich jetzt auf das Gussrost, nachdem ich die Brenner ausgedreht habe, direkt das Fettrennspray auftrage, dann könnte es sein, dass das sogar brennt, weil er einfach noch so heiß ist. Deswegen ruhig das Rost ein bisschen abkühlen lassen, aber nicht allzu lange. Denn wir wollen noch wirklich im heißen Zustand des Rostes jetzt hier mit unserem Fettrennspray die Roste einsprühen. Und damit gehen wir jetzt einmal komplett über das gesamte Gussrost drüber. Hier oben das Edelstahl, Ablagerost müssen wir damit nicht einsprühen. Edelstahl, wie gesagt, müsst ihr nicht damit einsprühen. Alle Gusselemente schon. Dadurch, dass das Rost jetzt noch heiß ist, kann das Öl richtig schön in die Poren des Gussrostes einziehen. Und wir haben das Gussrost jetzt vor Rost geschützt. Und bis zum nächsten Grillen werden wir jetzt hier keinen Flugrost, aber auch keinen tieferen Rost auf unserem Rost bekommen. Wäre das Rost zu heiß gewesen, wäre alles sofort verpufft. Und wir hätten diesen Effekt nicht mehr gehabt. Deswegen ein bisschen runterkühlen lassen, aber auf gar keinen Fall ganz abkühlen lassen. Das soll ruhig noch seine 200 Grad haben. Viel mehr braucht es aber nicht. Bei Schritt Nummer 4 arbeiten wir uns noch eine Etage tiefer. Und zwar jetzt zu unserer Fettauffangschale. Schale war hier das falsche Wort, denn wir fangen an mit unserer Wanne. Diese Wanne haben wir jetzt. Der Grill ist relativ neu. Das wird bei euch schlimmer aussehen, nehme ich mal an, wenn ihr regelmäßig grillt. Das bedeutet, wir haben hier jetzt ganz viel eben noch an Fett, an Resten und so weiter. Das Problem ist, wenn wir das jetzt hier drauf lassen, dann ist das etwas, was nachher anfangen kann zu brennen. Die meisten Fettbrände eines Gasgrills entstehen deshalb, weil wir die Fettwanne nicht ordentlich und nicht regelmäßig reinigen. Deswegen kann ich euch empfehlen, nach jedem Grillen einmal hinzugehen und diese Fettwanne einmal auszuschaben, so dass ich alles unten in meine Auffangschale hineinkratze. Wenn ihr es ganz ordentlich haben wollt, dann nehmt ihr euch jetzt noch ein Küchentuch und die letzten paar Fettreste, die jetzt hier nicht abzuschaben sind, weil es einfach so ein dünner Fettfilm oder so eine Ölschicht ist, die reibt ihr einfach nochmal ab und danach sieht euer Abtropfblech in der Regel auch wieder sehr, sehr gut aus. Und wenn ihr das von Anfang an regelmäßig macht, dann hält das auch sehr lange. Vorausgesetzt, es ist ein vernünftiges Material, Edelstahl sollte das hier schon sein. Kommen wir nun zum letzten, zum fünften Schritt. Die letzten zwei Schritte sind jetzt welche, die werden immer ungern gemacht. Ich weiß und da werden vielleicht manche von euch kommentieren, braucht man nicht unbedingt machen. Wenn ihr dann aber doch einen Fettbrand bekommt, dann beschwert euch hinterher auch nicht. Das ist wirklich wichtig, einfach aus Sicherheitsgründen. Vielleicht auch nicht jedes Mal, wenn ihr jetzt fünfmal pro Woche grillt, aber dann wenigstens einmal pro Woche. Im Schritt Nummer 5 werden wir uns nämlich jetzt hier einmal um diese Schale kümmern, denn die müssen wir jetzt einfach ausleeren, eventuell ausspülen oder ihr kleidet die mit Alufolie oder einer Aluschale aus, die ihr einfach dann entsorgen könnt. Ist natürlich nicht so umweltfreundlich. Ich weiß aber, dass das viele so machen, um es sich einfacher zu machen. Ich wasche die immer ganz gerne aus, denn wie die nach einer Zeit aussieht, ist mir persönlich relativ egal. Die ist halt dafür da, dass hier die ganzen Reste reinkommen. Habe ich was Wichtiges vergessen? Habt ihr Fragen dazu? Würdet ihr was Wichtiges ergänzen? Dann schreibt mir das alles in die Kommentare. Wie immer würde ich mich über ein Abo sehr freuen und natürlich einen Daumen nach oben. Würde mich sehr unterstützen, weil dadurch dieses Video einfach so im YouTube-Algorithmus ein bisschen gepusht wird. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin. Ciao.